moin leute was geht hier ist wieder geist heute in diesem video geht es um einen neuen league leute und zwar wisst ihr wenn man auf bett pass geht um zu den agenten geht hat ja jeder agent so eine kleine szene wenn man reingehen wollte die abgespielt wurde und zwar wird dann wie das was erst in 15 stunden erscheint schon die cut szene geleakt ich werde euch diese zähne jetzt auch abspielen im ende des videos leute ich verabschiede mich dann auch jetzt von euch hat euch das video gefallen hat dann lasst doch ein like da schreibt es mir in die kommentare leute und wir sehen uns im nächsten video so so